Die Welt ist voller Konflikte. Viele Medien stellen dabei Russland bzw. Putin höchstpersönlich als Hauptverantwortlichen für diese Konflikte dar, beispielsweise in Syrien oder der Ukraine. Putin wird unterstellt, aus niederträchtigen Motiven eine aggressive Außenpolitik zu betreiben. Der Tenor ist klar, dieser Verrückte muss gestoppt werden. Die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation zwischen der NATO und Russland ist erschreckend real. Aber ist Putin der alleinige Aggressor in diesem neuen Kalten Krieg? Die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland sind seit dem Ende der Blockkonfrontation wechselhaft. Betrachten wir sie in einem Beziehungsgrafen, in dem Phasen der Spannung und der Entspannung dargestellt sind. Das Ende des Kalten Krieges markierte eine historische Chance für eine auf Ausgleich basierende neue Sicherheitsarchitektur. Die Sowjetunion akzeptierte die deutsche Wiedervereinigung innerhalb der NATO und die USA versprachen, das Militärbündnis nicht nach Osten auszudehnen. Auch das Budapester Memorandum von 1994, das die Abgabe der Atomwaffen in den ehemaligen Staaten der Sowjetunion regelte, war Ausdruck dieser Phase der Entspannung. Doch spätestens seit der US-Regierung unter Bill Clinton wurde an der NATO-Osterweiterung gearbeitet. 1999 traten Tschechien, Polen und Ungarn der NATO bei. Der US-amerikanische Diplomat und Historiker George Kennan brachte die Entwicklung auf den Punkt. Er sagte, Zitat, diese Entscheidung der Regierung Clinton, die NATO bis zu den Grenzen Russlands zu erweitern, war der verhängnisvollste Fehler der amerikanischen Politik in der Ära nach dem Kalten Krieg. Sie wird die russische Außenpolitik in Richtungen zwingen, die uns entschieden missfallen werden. Zitat Ende. Trotz der Erweiterung der NATO hielt Putin 2001 eine versöhnliche Rede im Deutschen Bundestag und sprach sich für eine, Zitat, vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft aus. Doch schon 2004 erfolgte eine weitere Ausdehnung der NATO nach Osten. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 warf Putin den USA vor, ihre Grenzen in fast allen Bereichen überschritten zu haben. 2009 wurden Albanien und Kroatien NATO-Mitglieder. Der Ukraine und Georgien wurde nur aufgrund eines sehr klaren Njet aus Moskau keine unmittelbare Beitrittsperspektive angeboten. Eine Annäherung war 2013 im Kontext des Syrienkrieges zu beobachten, als Russland die Vernichtung der syrischen Giftgasbestände vermittelte und damit eine US-Intervention abwendete. Im Februar 2014 unterstützte der Westen den Umsturz in der Ukraine, den Stratvorchef George Friedman als den offensichtlichsten Putsch der Geschichte bezeichnete. Als Reaktion folgten die Sezession der Krim und ihre völkerrechtswidrige Aufnahme in die russische Föderation. Im Osten der Ukraine entfalteten sich Aufstände, die in den sogenannten Volksrepubliken mündeten. Sie werden seitdem mit Waffen und Logistik durch Russland unterstützt. Die Ausweitung der NATO nach dem Kalten Krieg wirft bereits die Frage auf, wer hier eigentlich wen bedrängt. Durch die Osterweiterung hat auch die EU ihre politischen und wirtschaftlichen Interessen in den Ländern durchgesetzt, die ehemals teils der Sowjetunion waren. Im Kontext des Krieges in der Ukraine ist es nicht nur zu diplomatischen Verstimmungen gekommen, die NATO hat auch massiv ihre Militärpräsenz in Osteuropa ausgebaut, zuletzt vor allem durch die Operation Atlantic Reserve. Mehrere tausend NATO-Soldaten sind dadurch in Osteuropa stationiert, auch Russland hat an seiner Westgrenze die Präsenz von Truppen erhöht. Nach dem Brexit-Referendum und dem Wahlsieg von Donald Trump sind die Rufe lauter geworden, die EU zu einer militärischen Supermacht auszubauen. Um das 2%-Ziel der NATO zu erreichen, soll nun massiv aufgerüstet werden. Wie die weitere Entwicklung aussieht, hängt auch von uns ab. Eine weitere Eskalation könnte zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen der NATO und Russland führen. Die Folgen wären völlig unberechenbar. Nicht umsonst sehen Forscherinnen und Forscher die Welt so nah am Atomkrieg wie seit 1953 nicht mehr. Was wir wirklich brauchen, ist eine neue Entspannungspolitik. Hierfür muss die gegenseitige Dämonisierung aufhören und es muss verbal wie militärisch abgerüstet werden. Ein erster Schritt könnte die Beendigung der Sanktionen gegen Russland sein. Anstelle der NATO brauchen wir ein kollektives Sicherheitssystem unter Einbeziehung Russlands. Frieden in Europa kann es nur mit, niemals gegen Russland geben. Ein guter Anfang wäre es, die Erweiterung der NATO auszusetzen und die Stationierung von NATO-Truppen in Osteuropa zurückzunehmen. Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir einen Politikwechsel. Diesen Politikwechsel können wir nur erreichen, wenn der gesellschaftliche Druck groß genug ist. In den Parlamenten, auf der Straße, in den Gewerkschaften, im Alltag. Denn heute ist es wichtiger denn je, für Frieden und Entspannung einzutreten.